Ich bin der Basti übrigens Yes, ja wir nehmen jetzt die letzte Folge für den Vorrat da auf Wir werden denke ich mal nach dem Part jetzt versuchen in Zukunft vielleicht noch Kämpfe zu organisieren wird schwierig weil Basti, wo bist du? Basti, wo bist du? Ich sterbe Stimmst du echt? Ja Ein Herz Was? Hätte ich jetzt sonst geworfen Nein, ich habe fünf Herz Okay, ist voll Ja okay, Q für sich gönnen Ich will eigentlich zum Spawn zurücklaufen und in unsere Base jetzt Nö, ich will noch Level fahren Der für Cube lebt er jetzt auch wieder Macht er eh Wir haben gerade schon so mitbekommen Äh, da ist äh, wohl Q ein bisschen Bisschen Ja, weil äh, Q will halt jetzt Punkt, dass Basti wieder reinkommt Genau Dann jetzt aufziehen Und animieren Weil die ja ziemlich geschwächt sind dadurch, dass ja Ja Ich habe die letzte Folge noch gesehen Dere Base angeblich gefahren Soll ich, soll ich 1v1 schreiben? Weitere nicht, du kannst nur 1 gegen 1 machen Ich weiß nicht, wenn du dort zubereit bist Ich kann dir dann eh Und du Ich bleib dann im netteren Farm, ne? Weil ich kann eh nichts machen dann Ja Du hast einen OP Gold Apfel dabei, ne? Ja Nimmst du dann halt auch noch dazu Dann kann dir eh keine Waffe Ja, ich denke eh, doppelt so viele Hits Wahrscheinlich wie er Ich weiß nicht, was für eine Waffe er hat, aber Ja, warte, ich hole noch ein bisschen Quarz Dann kann ich mir eh gleich Schadens 4 machen Ja, ich denke mal, ja, es ist ihm zu riskant Er will lieber save Basti reinholen Ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er hat auch mitgekriegt, was los war Deswegen hat er ein bisschen, denke ich mal Respekt Respekt, man Äh, ich glaube hier, wo wir jetzt sind im Netter wird ihm nie Er wird uns nie hier finden, denke ich mal Oh, ich bin erschrocken Äh, setzt mal ein Ding hin Am wie? Am zu dem Boss Ich habe ihn nicht, da steht er noch hinten Echt? Ja, wenn du den nicht abgebaut hast, dann steht der da einfach noch rum Wo denn? Äh, wo haben wir den letztes Mal geplantet? Weiß nicht Ist der kaputt gegangen? Ich habe ihn Oh So geil Ob du nochmal anzählst, also wie viel ist alles zurückkommen? Ja, erstmal so, er hat erstmal so ein bisschen auf 2B1 so Nein, okay, ich werde richtig doof 2B1 jetzt so, weißt du Hier kommen, wollen wir wollen Reaktion 4, Helm habe ich schon Habt ihr für Sachen, wer wäre dumm wenn wir entscheiden? Ja Lass nicht Hier unten ist auch noch ein Fest, du Basti Ja, okay Komm mal mit Warte ich, ich hole mir gerade Quarz Basti 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 Komm mal zum Anbus Die alle anderen Schärfe 4 Ich hab' nur keinen Schärfe 4 Was Äh, Basti Basti Ja wo bist du? Ja hier, wenn siehst du mich brennt. Ja, der Brenner. Brenner. Mit? Jo. Pass auf, pass hier bloß auf, hier ist saugen fertig. Oh mein Gott, ja. Danke. Ich könnte jetzt auch einfach ihn suchen gehen. Dö. Okay, ich geh hier lieber weg, ja. Gut, ich geh jetzt, warte mal, wie viel haben wir? Wie viel Zeit? Äh, ich weiß nicht. Weak Time, Bastie, motherfucking GHG. Okay, noch 10 Minuten, ich geh jetzt zurück zum Dings. Ja. Oh Mann. Was denn? Bastie, fucking GHG? Ja, jetzt hört sich aber crazy an. Ne, ich baue noch ein paar mehr Level, ich geh mal hier noch hoch. Ja, ich fahm hier unten jetzt weiter, ne? Ich hab den Amboss. Ja, ich brüchte, wir haben ja noch einen Amboss da. In der Base, ne? Bei uns? Ja, den Hard beschädigt. Ich brüchte ihn ja, ich muss ihn ja nur einmal benutzen. Ich weiß nicht, wo der ist, ich weiß nicht, wo der ist. Der ist in einer anderen OP-Kiste. Alles zugebaut. Ja, ich kann's ja wieder aufbauen. Ja. Aber ich bin nicht der, der wieder zugebaut. Wahrscheinlich schon, aber okay. Das ist unsere letzte Folge, stimmt. Ja, noch 10 Minuten. Ja. Ja, ich kann halt Cube verstehen. Er ist jetzt halt so kurz vorm Stil. Oder er braucht noch ein Kill, ne? Ein Kill brüchte er noch. Äh, dann hat er nur... Ja, doch, Anke. Weil er hat ja irgendwie drei Leute jetzt geholt gehabt, ja. Das weiß ich nicht. Naja, ich glaub, du verfolgst nicht mal die Konfi so aktiv, ne? Ja. Ab 100 plus Nachrichten lese ich. Ja, deswegen. Also ich bin... Keine Ahnung, auch im Handy lese ich das manchmal so, dann. Jetzt auf welches Mama. Ähm... Gehst du jetzt also, ähm, wieder zurück? Äh, ja. Ich hab jetzt gleich 20 Level. Das müsste, glaub ich, reichen. Oder ich... Ja, aber mein eigenes Schwert ist halt noch beschädigt. Das ist halt doof. Ja. Aber ich denk mal... Bis er Basti auch wieder gut ausgerüstet hat, das dauert auch bestimmt ein bisschen. Ja. Aber vielleicht hat er ja schon ein bisschen was... Schon, aber... Wer weiß, wer weiß, ne? Wer weiß. So. So, jetzt muss ich mal wieder zurückfinden. Ach, hier ist die Treppe. Genau. Also ich lass dich allein. Also, selbst wenn... Ich glaub, Zinus kommt jetzt erstmal nicht mehr rauf. Und wenn halt Cube wirklich kommt... Ich hab halt... Aber Zinus und so, die wollen halt unbedingt... Die wollen... Ja, die... Hat er mir auch geschrieben. Das ist halt echt nervig. Aber... Taktisch klug von Cube. Auf jeden Fall. Also soll er denn alles machen? Ja, ich glaub ich bleib noch ein bisschen. Obwohl ich hab eigentlich... Ich hab ja an sich keine Angst direkt vor Cube. Stell dir vor, du killst so Cube voll knapp und dann kommt Zinus von hinten mit so'n Holzschweer. Oh man, mit Holzschweer. Oder er geht ja auch dann auf mich drauf. Oder mit Faust... Ja, dann... Ich glaub so Aktionen uns abzustauben werden sie in Zukunft lassen. Oh man. Da hinten bei der Burg war schon jemand, weil der Kopf ist da nicht. Ja, waren wir bestimmt. Man, ich find nicht mal zurück. Ich weiß nicht mal genau wo. Ich find das wieso ich dann zurück bin. Of course. Ich steh in Crash. Und Cube. Ich weiß nicht. Zinus hat bestimmt irgendwo so ne geheime Kiste. Ich find aber... Sein nicht so krass, dass sie... Oh mach mal Cube. Dass sie gegen ihn angucken. Tja... Ich glaub... Ich werde viel zu viel Schneidarbeit. Ich würde halt einfach safe spielen. Oh. Ich hab ihn nur zu dir geschrieben. Ähh... Man... Weak Time. Man, 6 Minuten, das schaff ich nicht. Zurück. Fuck. Ach ne... Hast du noch ne Protection 3 Neather Hose? Ne. Immer noch nicht. Ich hab keine einzigen Rüstungsteile irgendwie dabei, was ich nicht so gebrauchen kann. Aber Protection 3 Hose kannst du dir auch eigentlich relativ schnell machen. Ich hab eine dabei. Ach so. Ne, dabei? Doch. Also machst du jetzt auch Neather Rüstung? Jaja. Ich hab schon zwei Protection 4 Sachen. Ich lauf im Kreis, Alter. Ähm... Ach so, nice. Okay, das ist dann... Sogar drei jetzt schon. Und wir haben... Jeder hat von uns nen OP Gold Apfel, ne? Die Hose fehlt da jetzt noch. Nur noch die Hose. Ist auch gut. Dann können wir die full die einfach mal so... Safen. Warte, ich probier jetzt alles... Äh... Kann ich hier nicht. Scheiße, stimmt ja. Äh... Wo hab ich den Ambergrit dahinten? Weiß nicht. Ich hab jetzt Protection 4 überall. Hier überall. Ich glaub das sinnvollste ist jetzt wenn ich zu dir zurückgehe. Und hab jetzt hier noch Protection 3 aber mit dem kann ich ja nichts anfangen. Ice. Welches Level hast du noch? Ich hab 23. Ich weiß aber nicht wie viel ich für meinen Sharpness 4 brauch. Ja, dann geh ich jetzt einfach. Warte mal. Warte mal, lass mal zusammen. Ich bin bei der Treppe. Ich weiß gar nicht wohin. In Richtung 2 musst du einfach laufen. Aber ich hab kein Essen mehr. Warte, ich bin ja hier unten. Hast du Essen? Äh... Nein. Oh. Gar keins mehr? Ja, doch. Ein Chicken oder... Ja, deswegen müssen wir sowieso zurück. Alter. Achso. Man, warum kann ich mir denn nie merken, wo wir langgekommen sind? Wir müssen echt von der... Ich hab echt kein Essen mehr, ne? Außer den Gold auf. Sondern mit dem Essen. Falls Not auf Not kommt schon. Ja, bevor du verungerst, will ich schon machen. Ah, okay. Ich glaub ich... Ja, ich hab's gefunden. Warte noch auf mich, weil ich bin's wahrscheinlich... Warte, ich guck erstmal, ob's überhaupt richtig ist. Ja, ich hab's... Ja, ne. Komm mal. 60, 230. Ich glaub, der ist mir soweit zurück, wo ich weiß. Aber hier. Was ist meine Treppe jetzt? 60, was? Ja, genau. Die Treppe bist du jetzt? Sieh, dann musst... Dann musst du meinen Namen sehen. Guck mal. Siehst du meinen? Irgendwo? Irgendwie? Da. Hi. Gut. Dann, ich will ja auch nicht, wenn am Spawn... Ich will wirklich... Lass mal noch in die Base. Versuchen in die Base zu kommen. Wenn, lass... Lass vielleicht wirklich eine Speed Potion da nehmen, aber... Das wär jetzt auch unnötig. Oder... Ist das hier der Richtige? Nein. Das ist der Fall. Hier bin ich letztes Mal auch lang gelaufen. Ich lauf jedes Mal hier irgendwie falsch. Wir sind so von... Wir müssen... Hier können wir doch ruhig mit Fackeln ausleuchten. Ja. Oh mein Gott. Ich wusste, dass es hier irgendwo ist. Hier und dann hier. Oder? Unten. Dann laufen wir gerade zurück zur Festung. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Hier. Komm zurück. Hier. Ich wusste nämlich, dass man irgendwo hier links abbiegen muss. Und jetzt hier. 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 Und dann sind wir hier komplett falsch. Nein, hier oben, oder? Nein, wir sind... Oh. Wir sind niemals hier so hoch gelaufen. Nicht? Ey, schau' vor, ich fahre Hunger hin. Sind wir ja auch nicht. Aber sollen wir dazu hinbauen? Vielleicht? Ne, lass mal bitte noch versuchen in die Base zu kommen. Ich hab fünf Hunger-Spalten noch, ne? Und du hast nichts. Ich hab zwei Zombie vielleicht, wenn du willst. Ich hab echt nichts. Gib mir mal eins. Hier. Da liegt einer. Da. Da, ich nimmst du. Der Hungern. Oh, doch. Äh, ja. Lass runter. Irgendwo hier muss es ja sein. Wo bist du? Hast 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 du? Äh, ja. So. Ey, bin ich doof, man... Ich weiß doch eigentlich den Weg. Ich hab ihn so oft jetzt schon gefunden. Ey, es regt mich grad richtig auf. Fabo, wo bist du? Hallo? Ja, ich suche auch den Weg. Sag mal nicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sag mal. Wo? Den auf der Map. Wie öffne ich die Map? Achso, hier. Äh... Stimmt, wir sehen ihn eigentlich immer auf der Map, oder? Warte, ich hör dich, warte, ich hör dich. Wo bist du? Hier unten. Ich werde in vier Minuten gekickt. Ja, dann lass, bis wir gekickt werden. Okay. Ich such halt den Gang jetzt noch. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich bin drin. Wo? 70, 200. 70, 200. Und Höhe 95. Ah, ja, ja. Lass bei, lass mal vielleicht in den vier Minuten schaffen wir das noch, äh, in unsere Base. Äh, ich will jetzt aber nicht so sprinten, weil ich hab nur noch vier Hungerscrollen. Dann ess, ich geb dir gleich einen normalen Goldapfel, meinetwegen. So, ja, ja, go, go. Ah, ich baue hier wieder zu. Durch? Ja. Okay, wir sind bei 140. Vier Minuten halt. Ich hab auch nur noch, ich hab auch nicht so viel. Wenn wir jetzt kämpfen müssen, wär halt richtig... Naja, dann Goldapfel halt rein. Goldapfel rein, ja. Kann ich mir sprinten? Soll ich dir echt einen normalen geben? Das ist halt... Ach, bin ich doof. Hast du, hast du Holz dabei? Sag mir bitte, dass du Holz dabei hast. Nein. Hast du, hast du ne Schüssel? Nein. Ja, ich hab Pilze dabei, ne? Dann lass mal ganz kurz am Spawn ne Schüssel machen, ja? Okay. Weil... Ich geh schon mal rein. War das hier irgendwo gleich? Ja, hier ist Holz. Brauchst du ab? Wie viel brauchst du? Eins. Eins reicht, gib her. Ich baue noch mehr zu Hause. Haben wir eins? Zuhause? Äh, nein, wir haben nichts mehr zu Hause. Hier. Warte, ich muss auch noch eine essen. Okay. Let's go home. Alles okay bei dir? Voll? Äh, ne, nicht ganz voll, aber ich kann sprinten, passt schon. Alles klar, warte. Äh... Einfach home jetzt. Einfach home. Ja, einfach in unsere Base. Weil dann kann ich nächsten Part mein... Warte, ich will noch Schappnis 4 schnell machen. Bei mir kam noch nicht die Meldung mitgekickt. Jetzt kommen sie. 2 Minuten bin ich weg. Okay, ich in 4. Ja, das schaffen wir. Hast du denn den Amboss dabei? Äh, ja. Okay, dann lass einfach die OP-Kisten verstecken, dann lass den normalen Amboss einfach stehen, okay? Dann lass jetzt die... Ja, lass OP-Kisten einfach verstecken. Sind ja versteckt. Okay, dann ist okay. Dann setz den einfach in die Dings. Äh, baust du dann vielleicht noch oben den Gang zu, den wo du vorletztens offen gelassen hast? Aber wir sind halt jetzt lange nicht da. Ähm... Der ist ja... Der ist... Da musst du 10 Blöcke nach unten graben, bis du darauf kommst, dass da was ist. Also ganz ehrlich, also... Wenn das einer random macht... Dann passt schon, dann passt schon. Also deswegen. Also auf jeden Fall über 6 oder 7 Blöcke. Und selbst wenn heißt es nicht, dass er die OP-Kisten... Es wäre jetzt richtig dumm, hätten wir jetzt einen OP-Goal-Aufel gefressen. Ich hab' daneben abge... Eine Minute noch. Zwei Minuten. Warte, hier, hier, hier. Hier rein, Basti. Okay. Hast du Dirt? Äh... Ja, aber... Mach mal du nach oben. Ich hab' keinen, ich hab' keinen. Musst du machen. Ja, ich wird ja gleich gekickt. Ich droppte den hier und platziere den Ambuss noch. Alles klar, okay, perfekt. Mehr kann ich nicht machen. Hast du noch... Es haben wir hier nicht, ne? Warte, wo sind die... Sind die Spinnenaugen hier? Nein, die sind hinten. Ey, die Kisten laggen bei mir. Ich kann die nicht aufmachen. Sneak, sneak mal. Ich kann nicht aufmachen. Okay, warte, gib mir den Dirt. Dann mach' ich jetzt schnell dazu. Nur einen Block haben wir Dirt? Äh, ja. Äh, warte, gib mir... Sind da noch mehr? Hier, hier ist noch mehr. Werfen wir raus. Achso, jetzt kann ich in die Kiste. Ach man, was mach' ich denn? Wo denn in der Kiste? Und hier unten, wenn du hier runter gehst, kannst du irgendwo noch Erde farmen. Irgendwo, keine Ahnung. Hier liegt die doch. Wo, gib her, schnell, schnell, schnell. Na gut, ich werde jetzt gleich gekickt. Okay, ja, dann mach' ich das Schwert dann nachher. Irgendwann in Ruhe. Oh mein Gott. Bist du weg? Nein. Geh' ich in einer Minute. Ich mach' mal Quatsch und alles hier in die normale Truhe rein, ne? Okay, zum Glück haben wir das jetzt noch geschafft. Ja, dann mach' ich noch oben. Dann mach' ich einen Block noch mit Dings zu. Was? Mit, äh, Stone. Jetzt hab' ich zwei Erde und einen Stone nur hin gemacht, aber... Okay. Ja, ich werde nicht gekickt, aber ich geh' gleich. Ja, ich müsste jetzt halt noch... Ich hab' jetzt überall Protection 4, außer auch den Hosen. Okay, nice. Ja. Ich glaub' mich aber nicht hier aus, weil wir jetzt lange Zeit nicht da sind. Ah, hier sind doch Spinnenaugen. Scheiße, dann mach' ich noch schnell. Den Pot. Ich glaub' mich hier unten aus. Warte mal, was brauch' ich da mal? Spinnenaugen, den Pilz und... Was brauch' ich noch für dieses eklige Auge, weißt du das? Äh, Pilz. Und fermentiertes Spinnenauge und... Keine Ahnung. Wollt schnell nach. Ja, stimmt. Hast du noch ne Fackeln? Weisch. Ach, Zucker. Zucker, ja. Nee. Wir haben zu viel gespielt und ich werd' gefickt bei Rainer. Ja, alles okay. Äh, soll ich auf dich warten, oder? Äh, ne, ich hab' eh keinen Zucker hier in den Kisten, von daher. Seh' ich jetzt aus? Ich lock' mich jetzt aus. Ich grab' mich ein bisschen in die Wand. Weil wir echt ganz schön lange nicht da sind. Ach, hier sind unsere Betten. Und ich steh' mitten im Gang. Oh. Egal. Gut. Egal egal. Bin auch ausgelockt. Auf jeden Fall, äh, was ist jetzt von der Folge, die wir als Letzte produziert haben? Ja. Ne, wir haben alle, stimmt? Ja. Gut. Und, ja, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bibel noch freuen und Basti auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, bis dann. Tschüss.